Heute in einer neuen Episode von Berge im Porträt, mal wieder ein Berg, den wohl der ein oder andere von euch kennen mag. Die Geschichte hinter diesem Berg und vor allem seine unzähligen Facetten sind aber den meisten wohl eher kein Begriff. Deshalb geht es heute um ihn, den Großvenediger. Immer wieder erreichen mich Nachrichten von euch, dass ihr auch mal Berge im Porträt haben wollt, die nicht am anderen Ende der Welt liegen oder völlig unglaubliche Abenteuer sind, die kaum irgendjemand bewältigen kann. Deshalb heute mal wieder ein Berg, der für die meisten sehr erreichbar ist. Der Großvenediger liegt an der Grenze der Bundesländer Salzburg und Tirol in Österreich. Sein Gipfel trennt also Salzburg von dem Teil Tirols, den man als Osttirol eher kennt. Damit liegt er in den berühmten und bekannten Hohentauern und damit dem größten Nationalpark Österreichs. Der Großvenediger ist ein Granitgneisberg und wird oftmals auch aufgrund seiner schönen und gleichmäßigen flachen Form als Fotomotiv von nah und fern genutzt und natürlich auch bestiegen. Optisch macht der Großvenediger den Eindruck, von allen Seiten gemütlich zu sein. Dennoch ist der Großvenediger ganze 3657 Meter hoch, wobei allein das ja schon ein Thema ist, wo sich viele einheimische, Topografen und Bergkenner wohl streiten werden. Denn zur Höhe des Großvenedigers wird viel gemessen und viel gestritten. Die neueste Vermessung des Großvenedigers liegt bei 3657 Metern. Das war jedoch nicht immer so. Vor 2014, also der letzten Vermessung, war der Berg nämlich ganze 3674 Meter hoch, also 17 Meter höher. Und selbst in dieser Zeit gab es auch noch die Zahl 3666 Meter. Die war in einigen Büchern nämlich ebenfalls vertreten und kam dadurch zustande, dass Vermessungen zu unterschiedlichen Zeiten und nach unterschiedlich langen und schneereichen Winter oftmals mit der Schneemasse am Gipfel gerechnet wurden und manchmal eben auch nicht. Heute ist aber das Gipfelplateau einwandfrei freigelegt, sodass die Zahl 3657 definitiv die korrekte und aktuelle Zahl ist. Wie dem auch sei, damit sei schon mal klar, dass dieser Berg irgendwie immer schwierig oder besonders sein sollte. Und das zieht sich auch durch seine komplette Vergangenheit. Denn der Großvenediger wurde bereits äußerst früh entdeckt und ebenfalls auch schon vor langer Zeit, nämlich 1797, benannt. Seine Erstbesteigung jedoch musste deutlich länger warten als jene des naheliegenden Großglockners. Der Grund dafür war, naja, eigentlich gab es gar keinen Grund. Bis 1800 war der Großglockner der spannendste Berg und so blieb es eigentlich auch nach seiner Erstbesteigung. Außerdem war in dieser Zeit das Bergsteigen keine typische Alltagsbeschäftigung und auch kein typisches Hobby, sondern eher etwas für Leute mit Geld und entsprechend Einfluss. Leute wie beispielsweise Erzherzog Johann von Österreich, der probierte es 1828 mit 15 Personen über die Nordwestwand des Großvenedigers, wo er schnell lernte, wie hart dieser Berg eigentlich sein kann. Zugegeben, mit der Nordwestwand hatten sie auch eine denkbar schlechte Variante erwischt. Doch die mangelnden Informationen über den Großvenediger ließen letztlich auch das Glück eine Rolle spielen, wenn es um die passende Routenwahl zumindest ging. Erzherzog Johann scheiterte letztlich knapp vor dem Gipfel, da eine Lawine abging und somit das Risiko dieser Tour vor allem in den Fokus rückte. Erst 13 Jahre später sollte sich wieder etwas am Großvenediger tun. Als politische Aktion wurde die Erstbesteigung des Großvenedigers sogar in den Zeitungen heraufbeschworen und begabte Bergsteiger letztlich für dieses Vorhaben gesucht. Später wird der Gerichtspfleger Ignaz von Kürsinger in jener Zeitung von nationalen Angelegenheit des Oberpinskaus schreiben. Der Stress kam auf, da sich drei Wiener dazu entschlossen hatten, den Großvenediger erstmals zu besteigen. Das konnten die Salzburger so aber nicht auf sich sitzen lassen und organisierten deshalb gleich 40 Personen, die zusammen im Stil einer richtigen Expedition nichts mehr dem Zufall überlassen sollten. Allein durch die Teilnehmerzahl sollte die Chance schon extrem steigen. Doch auch die Bergsteiger selbst waren natürlich durchaus erfahren. Darunter Ignaz von Kürsinger, Anton Rutner, Josef Lasser von Zollheim und sogar ein für diese Zeit richtiger Oldtimer, nämlich der 70-jährige Paul Roregger, der schon 1828 bei Erzherzog Johann dabei war. Acht Stunden lang kämpften sich die Männer am 3. September 1841 durch das Obersulzbachtal auf die Stirlaner Wand. Um 10 Uhr vormittags erreichten sie letztlich den Gipfel mit 26 Personen. 14 Personen mussten aufgrund von Müdigkeit zurückbleiben. Viele stiegen aufgrund der Bedingungen und der schlechten Ausrüstung noch am selben Tag die komplette Strecke bis ins Tal wieder ab. Teilweise waren die Bergsteiger rund 26 Stunden unterwegs, bis sie wieder zu Hause angekommen waren. Eine echte Horlochsentour könnte man also sagen. Doch wenn schon damals sie gewusst hätten, welchen Effekt die Erstbesteigung des Großvenedigers letztlich gehabt hätte, dann hätten sie sich wohl etwas mehr gefeiert. Oder eben etwas weniger. Denn Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Großvenediger beliebt und bekannt. Der Mythos Großvenediger hielt nicht nur im Pinsgau, sondern in ganz Österreich Einzug, sodass sich rasend schnell die Infrastruktur und auch die Kultur rund um den Großvenediger entwickelte. Maler, Künstler und Dichter zeichneten und philosophierten über die weltalte Majestät. So nannte Kürsinger letztlich den Großvenediger. Heute gibt es die Pragerhütte, das Defreckerhaus, die Kürsingerhütte und die Johanneshütte und zahlreiche mehr, die allesamt zahlreiche Bergsteiger jedes Jahr versorgen. Doch dazu gleich nochmal mehr. Denn die Wege auf den Großvenediger, die haben sich erst deutlich später wirklich entwickelt. Und von diesen gibt es sehr viele, die sich heute allesamt Normalwege schimpfen lassen dürfen. Und alle einen ähnlichen Anspruch an die Bergsteiger haben. Da wäre zum einen der Weg von der Johanneshütte und dem Defreckerhaus, also vom Süden aus, kommend. Hier sind die vereinzelten Spalten groß und mächtig. Der Weg insgesamt aber gut einzusehen und nur selten wirklich tückisch. Ein weiterer beliebter Weg ist der Weg am Kleinvenediger vorbei über die neue Pragerhütte. Hier ist man ähnlich lang am Gletscher unterwegs und trifft erst ganz oben am Gipfelgrad auf die Begehr des Südanstiegs und die Bergsteiger des dritten Normalwegs, nämlich den über die Kürsingerhütte. Hier geht es östlich des Nordgrads vorbei über das Obersulzbachkäs von Norden kommend. Dieser Weg wird aber heute immer seltener begangen, da der Gletscher im Übergang zum Schlattenkäs immer weiter aufreißt und durch die Schmelze immer möseliger zu begehen ist. Die vielen Normalwege enden am Ende des Tages aber immer auf ein und demselben Gipfel, der, wie es allein die Vermessung schon zeigte, nicht ganz einfach zuzuordnen ist. Denn ob der Gipfel in Osttirol oder doch in Salzburg steht, ja auch das änderte sich alle paar Jahre wieder. Unterm Strich ist es mit einem vergletscherten Gipfel letztlich nämlich gar nicht so einfach, wenn sich da jedes Jahr viel tut und bewegt und somit der Gipfel immer über die eine oder die andere Grenze rutscht. Doch egal ob in Osttirol oder in Salzburg, der Groß Venediger ist heute einer der beliebtesten Berge Österreichs. So mächtig und schwierig er im 19. Jahrhundert noch eine große Herausforderung für die besten Bergsteiger und Abenteurer der Region darstellte, so zahnlos steht er heute in der Landschaft, vor allem durch den enormen Rückgang seiner diversen Gletscher, die unter anderem in den Hohentauern auch gerne Käs genannt werden. Aber nicht nur die schwindenden Gletscher am Groß Venediger sorgen für ein neues Bild dieser weltalten Majestät. Auch der stärker werdende Tourismus hat für viele Veränderungen gesorgt. So sind heute unzählige Hochturnkurse und noch viel, viel mehr Bergführungen auf den Groß Venediger zu beobachten, was die langen Schlangen an Seilschaften am Berg zu einer Karawane letztlich verkommen lässt. Selbst mit so vielen Hütten und Wegen ist es heute fast unmöglich, in der Hochsaison an irgendeinem Tag gänzlich allein am Gipfel zu stehen. Diese Entwicklungen entstanden vor allem durch die moderate Schwierigkeit der Normalwege. Denn was ich euch bisher noch nicht verraten habe, der Gipfel ist über die Normalwege durchwegs mit der Schwierigkeit PD und PD Plus zu besteigen, also für einen geübten Hochtourengeher definitiv ein machbares Unterfangen. So sehen auch viele Bergführer Potenzial in diesem Berg, was den Groß Venediger letztlich nicht gerade einsam werden lässt. Trotzdem zählt er auch abseits dessen zu den schönsten Bergen Österreichs. Und das zu Recht, denn das Panorama an schönen Tagen lässt sich kaum mit anderen Gipfeln der Ostalpen vergleichen. Und während der Tour selbst hat man selten das Gefühl, wirklich schwierige Herausforderungen vor sich zu haben. Ein echter Berg zum Genießen eben. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, freut es mich natürlich wie immer, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch natürlich wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil.